Die Shure Wireless Workbench 6 verwaltet jedes Detail einer Funksystemanwendung, von der Planung bis hin zum Live-Monitoring. Die Wireless Workbench fügt meine vorhandenen Funksysteme in das vor Ort zur Verfügung stehende Spektrum ein und ermöglicht damit eine zuverlässige Frequenzkoordination. Dank Wireless Workbench kann ich mich wieder um meinen eigentlichen Job kümmern. Sie gibt mir die Möglichkeit, mich voll und ganz auf das Mixing statt auf Frequenzkoordination zu konzentrieren. Im Inventory-Tab werden Shure Komponenten innerhalb des Netzwerks automatisch von der Wireless Workbench erkannt. Zusätzlich können weitere Komponenten von Shure oder anderen Herstellern hinzugefügt werden. Das ist eine der großen Stärken der Wireless Workbench. Ich habe jederzeit Zugriff auf mein Equipment. Der Frequency Coordination Tab bietet Tools zur Analyse von kompatiblen Frequenzen und zur Kalkulation des Frequenz-Setups. Die Wireless Workbench 6 nutzt vernetzte Shure Receiver, um das HF-Spektrum zu scannen. Die Scan-Informationen werden direkt in die Software übertragen. Das spart extrem viel Zeit. Man kann sich auf eine sichere und zuverlässige Lösung und Koordination verlassen. Ich kann mich voll und ganz auf das Mixing anstatt auf die HF-Umgebung fokussieren und wirklich das tun, wofür ich eigentlich da bin. Kalkulierte Frequenzen können direkt mit den Shure-Komponenten synchronisiert werden. Ich brauche wahrscheinlich mehr Zeit, um das Funksystem zu verkabeln, als für die Koordination eines kompletten Frequenz-Setups. Der Monitor-Tab zeigt einzelne Funkkanäle übersichtlich mit Audio- und HF-Pegel an und bietet die Möglichkeit, Änderungen schnell vorzunehmen. Ich kann alle meine Sender anzeigen, einzelne durchgehen und eine schnelle Simulation durchführen. Das ist eine ziemlich große Zeit- und Geldersparnis. Mit Wireless Workbench habe ich nun alle wichtigen Tools, die ich tagtäglich nutze, an einem zentralen Ort zusammen. Wireless Workbench 6 – volle Kontrolle über deine Funksysteme.